Seid ihr gut drauf? Seid ihr auch gut drauf? Seid ihr gut drauf? Diesmal geht's über zwei Tage mit zwei Bühnen. Mir gefällt das Hippiefeeling. Furchtbar fruchtbar ist das Ganze. Und wahnsinnig viele Frauen. Wir haben eine breite Diversität der Frankfurter Musik- und Kulturszene hier gesehen und gehört. Sehr schön. Ja, das ist sehr beschaulich. Angenehm. Ja, das ist sehr beschaulich. Ja, das ist sehr beschaulich. Ja, das ist sehr beschaulich. Genau, ja. Wir haben eine gute Diversität. Und wir haben eine gute Diversität. Ja, das ist sehr beschaulich. Es ist sehr beschaulich. Es ist sehr beschaulich.